Yoga Om. Yoga auf erwachsene Art. 4 Sekunden durch das rechte ein, Luft anhalten und dann ausatmen durch das linke Nasenloch 8 Sekunden. Folgende Mudra, also Ausgangsposition, wie so eine Pistole im Endeffekt, also die Finger nach innen reinlegen, dann zwischen den Augenbrauen, die Zeigefinger und Ringfinger, nicht Ringfinger, Zeigefinger und Mittelfinger, und mit dem Daumen und mit dem Ringfinger wechseln wir jeweils die Nasenlöcher. Falls jemand andere Mudras kennt, kann er das auch praktizieren, das ist die, die ich praktiziere und die ich immer weiterempfehle. Also Ausgangsposition, wählt irgendeine Position, in der ihr 5 Minuten durchsitzen könnt, ohne die Beine zu wechseln und dann werden wir gleich loslegen. Jeder macht in seinem Tempo, ja, also wir werden nicht alle, wir haben hier keinen Sekundzähler, der Sekundzähler ist euer eigener Verstand, euer Herz, also konzentriert euch darauf. Wir fangen die Pranayama, wie jede Pranayama, mit vollem Ausatmen ein, also wieder komplett einatmen, dann ausatmen und dann legt jeder los in seinem eigenen. Das Wichtig Detilte ist jetzt noch mehr, wenn wir sozusagen in diesem Raum möchten, in der Zeit der Dionache zu shockern, so in daumen des Problems goods sind, nach einem Konzentriertsided, stare sie alle, Alter wird beide, zwei Met words und hier strickt überwachen, Vielen Dank. 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 Vielen Dank.